Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Heute soll es nochmal um das iPhone gehen, genauer gesagt um ein paar coole Widgets dafür. Ich wünsche euch viel Spaß. Seit iOS 14 hat man ja die Möglichkeit so coole Widgets hier hinzuzufügen. In diesem Video habe ich sechs verschiedene rausgesucht, fünf davon sind kostenlos und welche das sind, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Starten möchte ich hier mit dem Widget Smart Battery. Ist komplett kostenlos und man bekommt hier sehr viele Systeminformationen. Zum Beispiel hier oben beim iPhone Speicher, da sehe ich jetzt okay 74% meines iPhone Speichers sind jetzt belegt. Hier unten habe ich das Ganze auch nochmal als kleineres Widget, da gibt es auf jeden Fall eine große Auswahl aus denen man wählen kann. Und ich habe jetzt in diesem Fall hier noch 32 GB frei, bekomme hier noch ein paar weitere Infos und hier gibt es auch ein Widget zur Batterie. Ich habe jetzt nämlich noch 81% Akku, kann jetzt sozusagen noch 16 Stunden Videos schauen oder hier gibt es das Ganze auch nochmal als kleineres Widget. Oder was ich auch sehr sehr schön finde, dass wir hier so ein Datenwidget haben. Gerade für die mobilen Daten ist das wichtig. Ich habe dieses Widget jetzt gerade heute das erste Mal installiert, deswegen werden mir jetzt noch nicht so viele mobile Daten angezeigt, da ich die ganze Zeit im WLAN war. Aber hier kriegt man dann halt auch die ganzen Infos, man sieht jetzt wie viel verbraucht ist, wie viel man noch frei hat, das kann man dann alles eingeben. Und ja, finde ich auf jeden Fall super super praktisch und da das Ganze als kostenloses Widget ist, ist es natürlich nochmal umso besser. Und auch vom Design gefällt mir das hier von der Aufmachung auf jeden Fall richtig gut. Alle Links dazu zum App Store findet ihr natürlich nochmal unten in der Videobeschreibung. Dann geht es aber auch schon weiter mit dem nächsten Widget, dieses kostet allerdings 2,99€. Ich muss sagen, ich finde es aber auf jeden Fall lohnenswert. Dazu gibt es natürlich auch noch eine App mit weiteren Funktionen, wir beschränken uns jetzt hier aber nur auf die Widget Ansicht und dieses nennt sich Aktivität Plus. Wir kennen das von der Fitness App, das habe ich ja auch ganz am Anfang gezeigt schon mal, da gibt es aber relativ wenig Infos. Hier kriegen wir jetzt noch deutlich mehr Infos zu den verbrauchten Kalorien, zu den Bewegungsminuten, zu den Stunden und die zurückgelegte Strecke. Ihr seht schon, ich muss heute auf jeden Fall noch ein bisschen Sport machen, um die ganzen Ringe hier auffüllen zu können. Aber auch das große Widget gefällt mir hier auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es gibt auch noch kleinere Widgets, das würde ich sagen, braucht man hier nicht unbedingt. Das haben wir auch schon bei der kostenlosen Fitness App von Apple. Aber gerade die anderen Widgets hier nochmal mit den zurückgelegten Strecken und so weiter, das gefällt mir auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gut. Und die 2,99€ lohnt sich gerade für die Leute, die hat Wert auf Fitness legen bzw. auf die Darstellung, damit man es hier auf dem Homescreen sehen kann. Muss man auf jeden Fall schauen, ob man das Geld dafür ausgeben möchte. Ich muss sagen, mir gefällt es wirklich gut. Dann geht es auch schon weiter und dieses Widget nennt sich Widget, also mit I. Ich glaube, hier seht ihr es auch ganz gut. Und hier gibt es dann immer so ein kleineres Widget, bei dem man dann aber auch aus verschiedenen Designs wählen kann. Ich habe hier zum Beispiel so ein 4er Widget, dann so ein 1er Widget, da wird nur das Wetter angezeigt. Oder hier haben wir jetzt das Wetter plus halt das heutige Datum. Hier gibt es dann auch nochmal zwei verschiedene Optionen, Wetter plus die Aktivitätsringe. Oder auch hier haben wir das Wetter, die Uhrzeit und das Datum, also drei verschiedene Objekte. Insgesamt, wie gesagt, kann man vier verschiedene Objekte hinzufügen. In der App kann man natürlich dann auch direkt einstellen, welche Sachen dann hier angezeigt werden sollen. Hier gibt es dann auch eine große Auswahl, aus denen man dann wählen kann. Hier haben wir dann auch die 4er Widgets, was auf jeden Fall auch ganz cool ist mit den Emojis und so weiter. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Man kann natürlich jedes einzelne Feld dann hier einzeln einstellen, was dann angezeigt werden soll. Also wenn ich jetzt hier einfach mal auf dieses Widget draufgehe, kann ich hier auch die Farbe ändern. Oder ich kann hier einstellen, zum Beispiel sollte die Batterie angezeigt werden, Activity, Datum und so weiter. Ist auf Englisch, aber ich denke, das versteht man hier auf jeden Fall. Weiter geht es dann auch mit einem ganz klassischen Widget. Und ja, ich hatte es gar nicht so auf dem Schirm, dass Google hier auch ein Widget hat. Aber hier hatten wir jetzt die Google-Suche direkt auf der Startseite. Kann ich hier eine Suche durchführen? Oder man kann hier eine Sprachsuche auch bei dem größeren Widget auswählen? Oder auch die Google-Lens-Funktion, die ich auf jeden Fall auch sehr praktisch finde. Also damit wird dann über die Kamera etwas erkannt und ja, wiedergegeben. Finde ich auf jeden Fall super praktisch. Ist jetzt natürlich nichts Besonderes. Google kennt ja nicht mehr jeder. Aber ich finde das Widget hier auf jeden Fall auch sehr hilfreich, wie man das auch schon teilweise von Android-Homescreens aus den letzten Jahren und so weiter gekannt hat. Dann geht es weiter mit einem coolen Widget und zwar Countdown. Ich habe jetzt hier einfach mal zwei Daten eingegeben. Einmal für Weihnachten, einmal Silvester. Und dann haben wir hier auch eine schöne Übersicht. Also vom Design, muss ich sagen, gefällt mir das Widget wirklich richtig gut. Und man kann dann jetzt hier genau sehen, okay, 42 Tage Sitzung bis Weihnachten. Oh, das ist auf jeden Fall gar nicht mehr lange hin. Ich hoffe, ich habe schon ein paar Geschenke rausgesucht. Aber dazu gibt es auch bald noch ein Video. Und hier gibt es natürlich das Ganze auch nochmal als einer Widget. Es gibt auch nochmal weitere Ansichten. Aber ich muss sagen, am besten gefallen mir einfach diese beiden Optionen hier. Man kann da natürlich genau einstellen, was hier angezeigt werden soll. In diesem Fall, wie gesagt, Weihnachten. Man kann die Farbe ändern, das Datum oder einstellen, ob es wiederholt werden soll. Man kann hier noch ein Icon hinzufügen oder auch ein Bild. Also da gibt es auf jeden Fall viele Optionen. Und das Ganze ist kostenlos. Finde ich super praktisch. Das letzte Widget, was wir uns jetzt nochmal anschauen möchten, das ist Color Widgets. Und ich muss sagen, vom Design her gefällt mir das hier auf jeden Fall wirklich gut. In diesem Fall habe ich jetzt einfach mal zwei Optionen ausgewählt. Einmal so eine Kalenderansicht. Und darüber haben wir dann die Uhrzeit mit dem Wochentag, dem Datum. Und hier oben habe ich dann jetzt auch nochmal die Prozentanzeige. Und ich muss sagen, das gefällt mir vom Design auf jeden Fall wirklich gut. Das kann man auch schön auf die erste Startseite packen und hat dann direkt diese praktische Übersicht. Es gibt hier natürlich noch deutlich mehr, aus dem man dann wählen kann. Es gibt hier auch eine Pro-Version. Da sind dann noch deutlich mehr Widgets, auch Wetter-Widgets dabei. Aber ich muss sagen, ich habe in meinem Fall jetzt einfach mal die kostenlose Variante genutzt. Da das für mich vollkommen ausreicht. Aber wer jetzt natürlich hier auf dem Wetter-Widget steht und so weiter, der kann das natürlich gerne machen. Kostet dann allerdings etwas. Nun sind wir dann auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es waren ein paar coole Widgets für euch dabei. Alle Links sind natürlich unten in der Videobeschreibung. Schreibt auch gerne mal eure Widgets, die ihr so im Alltag nutzt, unten in die Beschreibung. Beziehungsweise, nee, in die Kommentare natürlich. Und dann können wir darüber mal so ein bisschen diskutieren. Das waren die ganzen Widgets. Ich wünsche euch viel Spaß beim Austesten. Falls ihr weitere Fragen, Anregungen oder sonstiges habt, lasst es mich gerne wissen. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Macht es gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.